Na alle zusammen, hier ist wieder heute Lounge, was ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute soll es gleich um mehrere Mounts gehen und zwar wollen wir uns die Mounts angucken, die es für das neue 12-Monats-Abo von World of Warcraft gibt und dazu steigen wir hier gleich mal ein mit dem neuen schicken Murloc Mount, auf dem ich hier schon sitze. Dieses Murloc Mount schimpft sich einmal gigantischer Gr-Lock und es hat ehrlich gesagt eine relativ coole Mount-Animation bzw. das Model an sich, sieht auch sehr, sehr nice aus. Wir hocken quasi auf diesem sehr muskulisen Murloc oben auf ein paar Planken drauf, sieht aus wie so ein bisschen gestrandetes Schiff, ein bisschen improvisiert zusammengeschustert und ich würde sagen, wir gucken uns einmal das Mount-Special an. Der geht so ein bisschen, hockt er sich hin, schnappt nach, was ist das, ein kleiner Fisch oder so, den wir eben hinhalten, futtert den weg und ja, das ist soweit das Mount-Special. Das Ganze ist natürlich ein Boden-Mount, läuft schon ein bisschen so ähnlich wie der Yeti, den wir kennen, unter anderem aus dem Weihnachtsevent und ja, das ist das erste Mount, was wir dadurch im Retail-WOW erhalten können. Damit ist es aber nicht getan, es gibt noch weitere Mounts und zwar das zweite, was wir hier haben, ist einmal Tilix, das Sturmhorn und das ist, ja, ich würde sagen, Neruba, ein bisschen in einer cooleren HD-Fassung. Sprich, also so ein Viech wie Anubarak, nur ein bisschen in neueren Farben gehalten und ja, das hat auch ein ganz cooles Mount-Special, schauen wir uns das mal an. Es flattert da mit den Flügeln ein bisschen hoch, schwirbt ein bisschen und setzt sich dann wieder hin, ja, ist ganz nett. Das Ding ist, das kann natürlich selbstverständlich auch fliegen, hat dann auch dieselbe Fluganimation, sieht auf jeden Fall cool aus, leuchtet auch. Ich denke mal, wenn es dunkle Nacht ist, hat das bestimmt ganz coole Effekte mit den leuchtenden Flügeln, beziehungsweise hier unten der Panzer leuchtet ja auch ein bisschen. Genau, das ist soweit das zweite Mount, das man exklusiv über das 12-Monats-Abo bekommt. Dann gibt es zusätzlich, falls man es noch nicht hat, das hatte ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal gezeigt, das alte Mount vom 6-Monats-Abo und zwar ist das näher gesättigter Großwurm. Hier haben wir den. Auch da können wir uns mal das Mount-Special anschauen, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, schauen wir es mal kurz an. Okay, das ist einfach so ein Brüllen, gut, das kennen wir von einem oder anderen Mount noch. Falls ihr das nicht habt, ist das hier auch dabei. Und dann gibt es noch ein paar andere Belogungen, die schauen wir uns jetzt aber schnell auf WoW-Head an, denn da sind manche Sachen noch nicht aktuell im Spiel drin, beziehungsweise sind dann auf den Classic-Servern. Also ihr seht hier die zwei oder drei Mounts, die ich eben gezeigt habe, den Murloc und den Scarabeus quasi hier, die sind exklusiv neu dabei. Dann der Großwurm ist ja beim alten 6-Monats-Abo schon dabei, wenn ihr jetzt das 12-Monats-Abo holt, kriegt ihr dann auch noch zusätzlich. Dann gibt es ein Mount, das noch nicht 100% final ist, also wo man noch nicht genau weiß, wie es aussieht. Man sieht hier ein bisschen die Umrisse. Es ist ein Hasen-Mount. Das hängt immer ein bisschen mit diesem chinesischen Kalender zusammen. Da gibt es dann das Hasen, das Affen und keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Und da gibt es dann dementsprechend immer ein Mount. Dieses soll anscheinend mit dem neuen 12-6-Monats-Abo auch wieder dabei sein, wie das alte hier. Im 12-Monats-Abo kriegt man halt beide zusätzlich, also sprich das alte und auch dementsprechend das neue Hasen-Mount. Sobald, ich vermute, nächstes Jahr ist dann Ende Januar, beginnt immer der chinesische Kalender, ist dann wahrscheinlich das Jahr das Hasen. Deswegen gibt es hier einen Hasen zusätzlich. Zu dem Ganzen gibt es natürlich auch in Classic WoW was. Und zwar gibt es einmal ein Hasen-Pet, das aber auch noch nicht bekannt ist. Dann gibt es den Wappenrock der Flamme, den hat hier diese Blutelfin einmal an. Und dann gibt es hier diesen Drachen, der eigentlich ein relativ normales Drachen-Model hat. Es ist halt bloß ein bisschen, ja, ein Grün. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man dazu sagt. Also das hier ist, glaube ich, Türkis. Das ist ein Hellgrün, würde ich sagen. Was ist das? Das ist irgendwie so ein schmutziges Grün-Blau, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber ich bin auch kein Farben-Experte. Genau, also das gibt es dann zusätzlich im Classic-Bereich, wenn man denn dieses 12-Monats-Abo abschließt. Was hat das mit dem 12-Monats-Abo auf sich? Dann kostet quasi ein Jahr 131,88 Euro. Ihr kauft im Endeffekt das Abo und kriegt diese Mounts zusätzlich. Also ihr müsst, wenn ihr eh das Abo lauft, nicht mehr zahlen. Ich glaube, das haben viele falsch verstanden. Nicht mehr zahlen, als ihr ohnehin schon zahlen würdet, wenn ihr denn spielt. Heißt, wenn ihr eh vorhabt, das nächste Jahr WoW zu spielen, macht das 12-Monats-Abo Sinn, weil ihr quasi dadurch sogar ein bisschen Rabatt kriegt, als wenn ihr die Monate einzeln zahlt. Umso länger ihr abonniert, umso günstiger wird es. Aber komischerweise, ich habe das mal durchgerechnet gehabt, vom 6-Monats-Abo zum 12-Monats-Abo zahlt ihr für jeden Monat einzeln gerechnet das Gleiche. Also ob ihr jetzt 6 Monate habt oder 12 Monate habt, zahlt ihr das Gleiche pro Monat gesehen. Beim 12-Monats-Abo kriegt ihr halt einen Haufen Mounts noch dazu. Heißt, für die Leute, die eh vorhaben, jetzt ein Jahr noch weiter zu spielen, da reduziert sich das auf jeden Fall, weil ihr A weniger zahlt und B noch extra Mounts kriegt. Wenn ihr natürlich jetzt nur ein Gelegenheitsspieler seid und mal einen Monat spielt, mal einen Monat nicht, dann ist diese Aktion wahrscheinlich nichts für euch. Und ja, ob ihr dann unbedingt auch die Mounts braucht, seid ihr jetzt mal dahingestellt. Das ist gut, das muss ja immer jeder selber wissen. Genau, soweit zu den Belohnungen an sich. Ihr könnt natürlich mit einem World of Warcraft-Abo beide spielen, also sowohl Classic als auch Retail. Ihr bekommt auch beide Belohnungen. Und ja, das sind soweit die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Hier unten vielleicht nochmal das Reitier, wie das heißt. Da haben wir es, den Smaragddrachen. Ah, es ist anscheinend ein Smaragddrache. Gut, ob jetzt ein Smaragd, den grünen Ton hat, weiß ich nicht. Und ja, soweit dazu. Und hier unten gibt es noch ein paar kleine Infos dazu, wie lange das Ganze verfügbar ist. Das Angebot gilt bis zum 15. Januar 2023. Und dann ist auch nochmal aufgedröselt, was man quasi wo erhält. Damit wären wir am Ende des kleinen Videos. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen damit. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was haltet ihr von der Aktion? Findet ihr es eher gut, dass es ein extra Mounts gibt? Findet ihr das blöd? Findet ihr das Ganze zu teuer auch? Hättet ihr lieber wieder ein 6-Monats-Abo gehabt, anstatt ein 12-Monats-Abo? Gerne damit in die Kommentare. Und ja, dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Eutila, bis dahin. Ciao.